Den Dolmetschenden gebe ich gerne noch auf den Weg folgende Hinweise. Gemäss unserer Friedbergkultur bei der Luzerner Polizei ist es weniger die Sprache, welche Anlass zur Diskussion gibt, sondern es ist eher das Rollenverständnis. Diesbezüglich ist es ganz wichtig, dass die Dolmetschenden ihre Unparteilichkeit im Verlauf der Einvernahme nicht verlassen. Dolmetschende sind während der Einvernahmen weder Hilfspolizisten, Sozialarbeiter noch Rechtsberater. Dazu gehört auch, dass ein differenzierter Umgang mit der Nähe und Distanz zu den einvernehmenden Personen gepflegt wird.